Ein Kriegel heisst! Oh je, da ist es so ne... Da hab ich weh! Da ist es so richtig schwarz aus! Hey, könnten wir nicht ein bisschen rieven! Wo hat er noch weh? Oh je, da ist es so richtig schrecklich! Oh, da macht es mir weh! Und wo hat er noch schwarz aus? Red da nur, red da nur! Oh je, da zieht's mir nicht! Oh, du, blaner, Wies, ebel, Sneck, und dem Goldfuschtasch, da macht mir weh! Oh je, oh je! Oh je, da will ich nicht weh! Ha, je! Hey! Ja, dann, O je, Ja, ja, Oh je, Hei, da ist es so krass, Er ist noch mal ein Schmuck in der Britten. Soll ich es wieder räusieren, da ist es so krass, jetzt ist es gar kein Gott. Ich komme runter, ich komme rein und komme rein. Oh, komm doch gut! Aber so habe ich mir das Lava vorgelegt. Ich habe zwei, drei Typen zusammengebracht. Aber schau nicht auf deine Seite, dass du dich in deinem Kühlschrank holst. Das sollte kein Problem sein. Du hast noch Rüst am Rout. Ich finde, ich komme zum E-Lebra. Ich habe ein Docker-Material. Du hast noch Rüst. Naja, es ist aber ein Herd in der Mitte. Du bist noch ein bisschen als Armer. Ich komme zum E-Lebra. Ich komme zum E-Lebra. Ich habe dich in der Mitte. Timm dir die auf meine Kühlschrank. Das heißt, der Motor ist ganz klämpf. Ich habe dich gehört. Ich habe dich gehört. Ich habe dich gehört. Das müssen wir uns bewegen, man muss sich hier an so halbricht' sein, du, das soll dir mir nicht gut sterben. Das muss ich mir klar schüssen. Danke.